Hallo Sportsfreunde, ich wollte euch heute einmal erklären, warum das Mino-Training so zeitsparend ist. Das Ganze ist zeitsparend, weil ihr die automatische Geräteinstellung habt, ihr habt die ganzen Einstellungen auf den Transponder. Und das Ganze dauert insgesamt nur 35 Minuten, mehr nicht. In dieser Zeit macht ihr 12 Kraftübungen und 4x4 Minuten Herz-Kreislauf-Training. Und somit habt ihr alles, was für die Gesundheit wichtig ist, abgedeckt. Bis bald!